Anders als bei der globalen Farbkorrektur ist es das Ziel der selektiven Farbkorrektur, einzelne Farben zu korrigieren, ohne andere Farben zu beeinflussen. Aus diesem Grunde wird der Farbraum in sechs Sektoren, nämlich Rot, Grün, Blau, Zyron, Magenta und Gelb aufgeteilt. Der SCC Dialog hat die Vorher-Nachher-Farben links, einem vertikalen Farbton-Schieberegler in der Mitte und Farbkorrektur-Pop-Up-Presets für jede Farbe rechts. Darunter ist ACR, die autoadaptive Farbrestauration, um ausgeblichene Farben wiederherzustellen oder die Sättigung aller Farben zu korrigieren. Um eine Farbe der Vorlage selektiv zu korrigieren, klicken Sie auf ein Objekt, wie hier die blaue Jacke, und Silverfast erkennt die Farbe und setzt einen entsprechend schwarzen Rahmen um das blaue Farbkästchen. Nun öffnen wir das Korrektur-Pop-Up für blaue Farben und wählen Rot Plus aus. Der Farbton-Schieberegler erlaubt uns nun, stufenlos alle Farbtöne zwischen Magenta und Zyron mit Blau in der Mitte einzustellen. Das macht SCC in Silverfast SE Plus sehr komfortabel und leistungsfähig. Neben dem Rücksetzen einer einzelnen Korrektur können alle Farbkorrekturen durch Drücken der Alt-Taste und Klick auf den Reset-Knopf, der sich orange einfärbt, zurückgesetzt werden. Um die letzte Operation rückgängig zu machen, klicken Sie auf Befehlstaste Z für ein Wiederherstellen auf Befehl Umschalttaste Z. Klicken Sie auf den ACR-Knopf und verblichene Farben werden wiederhergestellt. Nutzen Sie den Schieberegler, um die Farbsättigung zu erhöhen oder zu vermindern. Auch hier können Sie noch individuelle Farbkorrekturen hinzufügen, wie zum Beispiel für diese Vorlage über das Pop-Up-Preset das Gelb stärker zu machen, um dann mit dem Farbtonregler Feinabstimmungen vorzunehmen.